Wie lange kannst du das machen? Lange Mach mal Ich will Bowie 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 Ich will Bowie 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 Ich will Bowie Bowie Ich will Bowie Ich will Bowie 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 Ich will Bowie 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 Hallo my brain Hallo Herzlichkommen zu einem neuen Video Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic Hallo Und wir sind hier am wunderschönen Meer, weil wir heute eine Unterwasser-Base bauen wollen. Und das wird richtig, richtig cool, weil wir wollen die wirklich da hinten machen, wo es ganz, ganz tief ist. Und ich hoffe, wir können da was richtig, richtig Cooles draus bauen. Nämlich haben wir so richtig, richtig coole Blöcke. Die seht ihr hier zum einen. Einmal Glas-Sealing und natürlich auch Glas-Walls. Die werden wir euch gleich dann demonstrieren. Zum anderen haben wir auch noch einen Helm hier und eine Bubble. Und ich glaube, das ist wirklich eigentlich das Coolste. Schau mal, warte. Und, guck mal. Ja? Ich kann übers Wasser laufen. Oh, das ist so cool. Das ist der Hammer. Warte, Katja, kannst du auch runtertauchen? Ja, natürlich. Guck mal, ich habe jetzt eine Bubble, die unten mal Wasser ist. Ja, das ist so cool. Warte, Katja, ich will auch. Und zack, ich komme auch. Und hallo. Oh, püfe. Guck mal, ich bin hier oben und jetzt komme ich zu dir runter. Zack, zack, zack. Hallo, na? Oh, komm, komm, ich komme zu dir rein. Können wir unsere Bubbles verbinden? Tatsächlich. Wir sind zusammen in der Bubble. Oh, das ist so cool. Und warte, Katja, wo wollen wir denn die Unterwasserbase bauen? Ich weiß nicht. Guck mal, da hinten. Hier ist was richtig Tiefes. Und ich glaube, hier wird es wirklich perfekt. Weil dann könnten wir was richtig Cooles, Großes bauen. Vielleicht könnten wir ja eine Art, ich weiß nicht, Schloss bauen. Oder halt eine richtig, wirklich krasse Base, die wirklich richtig groß natürlich auch ist. Und das sieht dann so cool aus, weil erstens findet die keiner, weil die ist wirklich unter Wasser. Und zweitens können wir hier ganz ungestört sein. Oh, das stimmt. Das ist perfekt. Und guck mal, Katja, das sieht wirklich so cool aus mit der Bubble hier. Und guck mal, jetzt renne ich hier rum. Zack, zack, zack. Oh, das ist so cool tatsächlich. Und zack. So nice. Oh, das ist echt cool. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir holen mal wieder die anderen Blöcke und fangen an mit der Base. Ich bin wirklich so gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ich bin auch gespannt, wie wir es am Ende auch einrichten werden. Das wird mega cool. Oh, das stimmt. Und Moment mal, Katja. Wo hast du denn den Helm her? Naja, die habe ich auch in der Kiste. Den brauche ich auch. Und zack, 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 zack. Ich tauche wieder auf. Und zack. Hallo, ich bin gleich oben. Hallo. Und wir können natürlich auch wieder übers Wasser laufen. Das ist so, so cool mit dieser Bubble. Und ich würde sagen, wir fangen an mit diesen Glassteelings. Wir brauchen auch noch die Walls. Und wir gucken gleich mal, dass wir eine richtig coole Base daraus bauen. Deswegen nimm dir mal ein paar. Und warte mal, hier ist auch der Helm drin gewesen. Ich habe die schönsten. Guck mal. Sehr gut. Guck mal, Katja. Ich habe das Glasdach und die Glaswand. Das ist sehr gut. Okay, okay. Nämlich müssen wir, naja, eigentlich die ganze Zeit schwimmen erst mal. Das ist ein bisschen doof. Oh, das stimmt. Warte mal. Oh, du bist ja richtig schnell mit deiner Bubble. Was ist denn hier los? Oh, die ist so praktisch. Das ist so, so cool. Okay, die Base fangen wir am Anfang mit dem Dach an. Deswegen, ich weiß nicht. Wo wollen wir denn da jetzt die Dachseite machen? Hey, hi. Wie geht's? Ich habe dich hier drin gefangen. Guck mal. Hallo. Hey. Komm mit meiner Bubble. Und zack. Hallo. Hallo. Hey. Okay, okay. Warte mal. Wo fangen wir am besten an? Wie wäre es mit hier? Oh. Okay. Nice. Okay, wir fangen erst mal mit dem Dach an. Und dafür benutzen wir diese Glass Ceilings. Also, das ist unser Dach sozusagen. Und ich würde sagen, wir fangen auch erst mal mit dem Hauptgebäude an. Also, machen wir erst mal ein großes Viereck. Oh, warte mal. Habe ich verbaut. Und Karte, du musst dir einfach vorstellen, alles was hier rot ist, das wird später dann Luft sein. Also, das wird dann einfach unser Haus sein. Das wird wirklich so cool. Und warte mal. Ich brauche ein bisschen Luft. Oh, oh. Benutz deine Bubble. Das ist so praktisch. Oh, ja. Oh, sehr gut. Okay, okay. Und jetzt kann ich weiterbauen. Oh, ich verbau mich auch die ganze Zeit. Ach, Mann. So, das kommt alles weg. Und zack. Okay, aber warte mal. Wie groß wollen wir das denn jetzt hier bauen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Warte mal. Wir können es ja wirklich so groß bauen, wie du es gerade hast. Und dann würde ich sagen, wir machen rechts, naja, wie so kleine Zacken hin oder sowas. Oder beziehungsweise so Tower. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass es halt so ein bisschen aussieht wie so ein Schloss unter Wasser. Das fände ich eigentlich ganz cool. So, warte mal. Zack, zack, zack. Und es ist auch richtig cool mit dem Helm, weil da können wir ein bisschen länger die Luft anhalten. Oh, das stimmt. Der Helm ist auch wirklich richtig praktisch. Aber weißt du mal, Karte? Oh, oh. Wir müssen jetzt hier noch die Wände drumherum machen. Genau. Dafür benutzen wir jetzt halt diese Glass Walls. Und dann gehen wir das einmal umrunden damit. Ja, zack, zack, zack. Und das geht wirklich richtig schnell. Okay. Jetzt haben wir das Ganze einmal umrundet, unser Hauptgebäude. Und wenn ich jetzt hier mit dem Ei auf das Ding klicke, passt auf, und... Oh, das ganze Wasser ist rausgegangen. Das ist so cool. Oh, warte, Karte. Jetzt tauche ich nach unten und mache einen kleinen Eingang rein. Und dann haben wir wirklich schon eine riesige Base ohne Wasser drin. Das ist wirklich so cool. Das ist so, so cool. Wirklich. Hallo. Hallo. Schau dir das hier mal an, Karte. Das ist so nice. Hier ist einfach alles komplett leer. Das ist so, der Hammermann kann einfach alles unter Wasser bauen. Und vor allem, es ist einfach so cool, dass uns keiner hier unten sieht eigentlich. Das stimmt. Wir sind wirklich so tief unter Wasser. Das ist so nice. Und, Karte, ich habe eine richtig gute Idee. Was denn? Wir könnten hier nebendran nochmal so eine winzig kleine Base bauen und die beiden damit Glas verbinden. Oh, stimmt. Das ist auch eine coole Idee. Okay, das machen wir. Guck mal, wir können hier schön mit der Bubble raus. Und dann können wir hier hin. Und guck mal, dann würde ich sagen, wir machen vielleicht das Dach hier so hin. Ja. Okay, wir können leider kein kleines Haus bauen, weil man irgendwie ab der Höhe erst ein Dach setzen kann. Also, wo wir hier anfangen. Deswegen, warte mal. Genau, ab hier, beziehungsweise ab da unten ist es okay. Okay, dann machen wir einfach ein größeres. Ist auch okay. Das stimmt. So, vielleicht. Guck mal. So, zack, 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 zack. Oh, Hilfe. Ich habe mich verbaut. Oh, ich auch. Vielleicht so einen kleinen Turm machen oder sowas. Oh, das wäre cool. Einen Turm finde ich nice. Okay, jetzt haben wir wieder das Dach. Das müssen wir natürlich hier auch hinsetzen. Ausfüllen einmal. Zack, zack, zack. So, oh, warte. Wir haben uns hier ein bisschen verbaut. Moment mal. Und weg damit und weg damit. Okay, und jetzt wieder die Sache umrunden. Und das geht wirklich so schnell und richtig, richtig einfach. Das ist so cool tatsächlich. Vor allem, das sieht auch mega nice aus, wenn es natürlich dann alles zu Luft wird innen drin. Warte, sind wir soweit? Äh, warte, ja. Ich habe mich ein bisschen verbaut, aber wir sind soweit. Und zack. Oh, das ist so cool. Oh nein. Moment mal. Wir haben ein Löchlein drin. Oh, oh. Oh, was haben wir denn da falsch gemacht? Ich glaube, wir haben einen Block vergessen. Oh, oh. Okay, warte. Das können wir aber von innen direkt fixen. So, warte mal. Machen wir das hier noch weg. Oh, das müssen wir ganz abbauen. Okay, okay. Guck mal, Karte. Jetzt bin ich hier drin. Und warte, dann mache ich hier schnell das Wasser weg. Zack, zack. Äh, läuft schon ab. Es läuft ab, glaube ich. Oh, ist sehr cool. Okay, nice. Dann haben wir direkt noch so einen Turm nebendran. Das ist so cool. Jetzt können wir das beides verbinden. Und dann haben wir so einen Durchgang. Das stimmt. Richtig, richtig nice. Okay, unsere Unterwasser-Base ist jetzt fertig. Wir haben hier einen richtig kleinen süßen Durchgang. Und hier ist unser Tower. Und hier haben wir unsere Haupt-Base. Wir können hier natürlich alles noch einrichten und so weiter. Aber wir haben noch ein paar andere coole Sachen. Die müssen wir euch auf jeden Fall zeigen. Warte mal, ich mache hier mal die Tür zu. Ich nehme meine Bubble. Und schwimme damit mal ganz kurz hoch zu den Kisten. Und da sind nämlich noch richtig, richtig coole Sachen drin. Oh, das stimmt. Guck mal, Karte. Ich bin bei dir. Hallo. Hallo. Oh, wie geht's? Sehr gut. Und dir? Warte, du bist schneller als ich. Ja. Äh, äh, äh. Und? Das ist so cool mit den Bubbles. Und zack, wir sind wieder oben. Das ist so, so nice. Wir haben nämlich zum einen hier noch einen Water-Jump-Pad. Das ist richtig cool. Und den Wassertornado. Und warte mal. Das Jump-Pad gehe ich mal direkt hier platzieren. Und pass mal auf. Geh mal da hin. Oh, da blubbert es aber ein bisschen. Und zack. Ah. Guck mal, wie weit ich wegfliege. Und platsch. Oh, das ist so cool. Und jetzt ich. Und zack. Oh, warte mal. Tschüss. Ey. Das ist so cool. Und guck mal, Karte, wie es da blubbert. Moment mal. Ich habe eine Idee. Was denn? Wir könnten den vielleicht, naja, hier unten irgendwo platzieren. Guck mal. Wir tauchen mal vielleicht hier so hin. Und jetzt platziere ich hier das Jump-Pad. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Oh, tatsächlich. Oh, warte. Jetzt schwimme ich hier rein und. Oh. Oh, what? Und ich bin wieder am Ufer. Das ist so cool. Okay, warte mal. Ich mache auch mal. Warte, ich gehe in die komplett andere Richtung. Nein, ach, Mann. Ich glaube, Karte, du springst in die Richtung, wohin du schaust. Ah, das kann sein. Oh, warte mal. Wir könnten theoretisch zu unserer Base ja so ein Water-Pad hin tun. Und dann können wir immer direkt raus damit, weißt du? Das ist fast wie so ein Taxi. Oh, stimmt. Warte mal. Und zack, 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 zack. Ich komme zu dir. Ja, ich bin auch bei dir. Und warte mal. Wir machen das vielleicht mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier hin. Okay. Und jetzt warte. Ich gehe jetzt in die Richtung schauen und. Und. Tschüss. Oh, oh Gott. Wo bist du denn? Das ist ein bisschen nah. Naja, an den ganzen Kiesel und so. Probier es mal aus. Warte. Und ich komme auch. Und zack. Oh, Hilfe. Oh, what? Das ist ja richtig cool. Ich habe eine Idee, Karte. Guck mal. Ich bin hier gelandet. Und dann mache ich hier nochmal eins hin. Und wenn wir jetzt schnell zur Base wollen, dann können wir. Oh, tschüss. Ups. Ja, warte. Mach mal. Ja, jetzt kann ich hier hin. Und wenn ich jetzt zur Base will. Und zack. Und ab nach unten. Und wenn ich jetzt hier bei der Base bin. Und ganz schnell wieder ans Ufer will. Dann gehe ich einfach hier hin. Und du bist zu. Ich bin hier oben. Oh, sehr cool. Siehst du mich? Nein. Oh, doch. Ich sehe dich. Hi. Okay, los geht's. Und ich will jetzt ganz schnell wieder ans Ufer. Und zack, 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 zack. Und hier ist das Nächste. Und zack. Und ich bin am Ufer. Das ist so cool. Okay, warte mal. Das muss ich auch raus testen. Das ist der Hammer. Das ist richtig, richtig schnell. Und voll praktisch. Wenn wir einfach zur Base müssen. Beziehungsweise wenn wir wieder zurück ans Ufer müssen. Auf die Plätze. Fertig. Go. Und zack. Wir kommen hinterher. Und zack. Das ist der Hammer. Und wir konnten theoretisch wieder hier. Oh Gott. Zurück. Und zack. Wo bist du? Ich bin hier weiter geflogen. Ich auch. Ich bin mitten im Wald gelandet. Ja, da bin ich auch gewesen. Das ist wirklich so cool. Das stimmt. Und wir haben hier noch das Letzte. Den Wassertornado. Und da bin ich auch richtig, richtig gespannt, was der macht. Ich bin mir nicht wirklich ganz sicher. Deswegen. Ich weiß nicht. Vielleicht wollen wir das ein bisschen weiter weg ausprobieren. Ja. Warte, Kata. Siehst du mich hier oben? Ja, hallo. Guck mal. Ich komme zu dir. Und zack. Zack. Und ho, ho. Hilfe. Und platsch. Alle. Oh, wie cool. Okay, okay. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach mal dahin. Wir können ja sogar über das Wasser laufen. Und dann probieren wir da den Wassertornado aus. So cool. Ja. Und warte, Kata. Was macht denn der Wassertornado? Naja, der macht einen Tornado im Wasser, schätze ich mal. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Okay, okay. Moment mal. Wollen wir den hier testen? Okay. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Moment. Ich stelle mich mal auf so ein Lillipad. Und zack. Okay. Bist du bereit? Warte. Ja. Okay. Warte mal. Hier blubbert es ja. Hier blubbert es echt. Warte mal. Willst du mal da rein? Okay. Oh, was ist denn hier los? Hier ist mein Blubberblas. Das sieht ja so cool aus. Oh, stimmt. Aber irgendwie macht das was. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, oh Gott. Ganz viele Blubberblas. Blubberblasen. Ich sehe nichts mehr. Es sind so viele Blubberblasen. Das sieht voll cool aus. Das ist ja so nice. Oh, ich schau dir das mal von oben an. Oh Gott, du kannst. Oh, what? Wie cool ist das denn? Wir baden in Blubberblasen. Eine Blubberblase war gerade richtig nah an mir. Oh, what? Warte mal, willst du noch mehr? Noch mehr. Nein. Ich sehe nichts mehr. Das sind so viele Blubberblasen. Bist du in einem riesigen, naja, Wassertornado drin? Oh, oh. Oh, das sieht aber mega, mega cool aus. Warte, ich gucke mir das mal von oben an. Das sieht ja richtig lustig aus. Das ist ja so nice. Warte, Katja. Stell mich mal da rein, okay? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Guck mal hoch. Oh, what? Oh, hi. Das ist ja so cool. Hier sind wirklich so viele Blubberblasen. Das ist so nice. Vor allem, man konnte das fast schon, naja, als Dekoration nehmen. Oh, das sieht so cool aus. Voll nice. Und guck mal hier oben, wie die so rüber blubbern. Blub, 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 blub. Oh, ich bin hier bei den Blubberblasen. Yeah. Oh, du bist selber eine kleine Blubberblase. Hey, du bist auch eine Blubberblase. Ja, klar. Hey. Entschuldigung. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.